Ich will euch nicht anlügen. Bei zwei Videos ist die Musik einfach aufgenommen. Ich wollte einfach mehr Aufrufe, mehr Likes und mehr Abos. Aber das hat auch nichts geholfen. Ich wollte einfach erfolgreicher werden. Deswegen habe ich die Musik aufgenommen, weil ich dachte, dass es euch dann besser gefallen wird. Ich werde jetzt ehrlicher werden und die Musik nicht mehr einfach aufnehmen. Ich werde aber noch manchmal in den Kommentaren schreiben, ob die Musik aufgenommen ist oder nicht. Lügen ist eigentlich nicht der richtige Weg. Desto mehr Abonnenten, desto mehr Aufrufe und desto mehr Aufrufe, desto mehr Likes. Das wollte ich erreichen. Ich wollte dieses Jahr eigentlich noch über 80 Abos schaffen. Aber das wird leider nichts mehr. Außerdem gehöre ich sowieso zu den Schlechteren. Fast alle haben über 100 Abos. Nur ich, Dunkelstern und keine Ahnung wer noch haben unter 100. Und jetzt werde ich auch euch noch nicht so oft anlügen. Wenn Dunkelstern wieder Videos macht, dann wird sie euch was Wichtiges sagen. Das wollte sie euch eigentlich gar nicht sagen, weil sie sich einfach nicht traut. Vielleicht ahnen es manche schon. Aber ich will auch gar nicht groß darüber erzählen. Aber wir gehen auf dieselbe Schule. Mehr sage ich dazu auch nicht.